obwohl ihr könnt klappen was haben wir haben es da die ganzen bilder rausgenommen ja ich sag doch die haben alles mitgenommen beim update meine ich so weil da sehr weniger sehr viel weniger bilder kommen also irgendwie bilder und so wieso ich hab da gar kein getötet im schuss mehr das geht beim messer auch da ziehst du es genau wo es mehr so nah amt so ist da noch jemand da hinten sind erstmal welche dahinten sehe ich ein aber durchs kann man mal markieren hier ist auf jeden fall schon mal alles sauber bist du hinterm haus wir müssen ins haus sein kommen ich schau mal wie man da hinkommt am besten durch die tür geht nicht auf dann übers dach ach da ist ja der scheinwerfer wo der mond ist aber schön das hat keine sau interessiert auch von der oben kann man mal kurz ein bisschen runter spänen hier haben wir noch einen hier läuft auch noch einer ich glaube so kommt man ins gebäude ein wieso willst du noch in das gebäude rein ach so der stand der oben darf bin ich blöd sind suchscheinwerfer und keine taschenlampe ja da ist ja noch einer einer ist gut naja wie weit wollen wir denn noch gehen in der richtung ich weiß nicht wir haben jetzt so das ist ja gut da sind wir in der richtigen richtung das passt ja wir könnten aber auch in die andere richtung gehen und die drei ausschalten und von oben kommen jetzt haben wir nämlich hier bloß noch wo sind das viele also da sind drei stück unten ich würde sagen dass wir uns richtung hafenmeister bearbeiten durch kämpfen ja tätig auch sagen und alles schön ruhig einer ist ein wenig erhöht auf der plattform kann man das sind zwei und da oben ist ein zugang und da gehe ich jetzt gerade mal hoch ja und bis unter die kante am besten bis unter die kante schau mal die lampe ausschießen ja genau das hat er nämlich gehört macht nichts kann die lampe gucken das macht doch nichts er kommt gehen wir mal runter naja oder so menschen ja sonst wäre ich aufgeflogen jetzt gerade ja durchsucht du mal mehr finde ich nicht so jetzt haben wir drei vier leute vor uns ok bloß einer weil die anderen sind alle ein bisschen nach unten verwirrt da ist auch einer oh gott oh gott hat er dich gesehen die haben uns alle vier gesehen super ja alle teilen gehen wir ins gebüsch da zieht er uns nicht aber das so die anderen weiß ich nicht die haben irgendwas gehört aber reagieren gott sei dank nicht mhm die lampe ist schon besser wenn es aus ist dann sehen sie es eigentlich nicht mehr das vorher ist ein bisschen blöd kann man nicht ausmachen mhm da ist ja das schöne adler symbol scheiße oh gott was denn jetzt passiert jetzt wart mal da die kommen ja gern die kommen ja drauf das war der war der ne 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 die anderen kommen ja noch die sind jetzt an der treppe stehen geblieben nein jetzt kommen sie auf nimmst du einen ich einen am besten ja wenn sie hier reinkommen ja oder ja die leiche sings oh gott ne jetzt machen sie den alarm oder hammer śm jetzt kommen scant oder ne kommt eine leiche kommms durch die mörder jetzt haben sie uns gehört ne ne ich habe einen Stein hingeworfen wenn sie jetzt aber ins Haus reinkommen ne kommen sie nicht, die gehen exakt zum Steinpunkt wir könnten jetzt einen hier reinwerfen außer sie sehen jetzt die Leiche gleich wir haben ein Geräusch gehört ok jetzt halte ich bereit oh ein Doppelkill ok äh was ne jetzt hat er da ok jetzt geht's los geh mal in Deckung irgendwo hin wo es uns nicht sehen mehr die beruhigen sich schon wieder so ist es ach so ja wenn der Alarm schon mal losgegangen ist kann ich ja auch den Zünder betätigen den ich nicht weiß wie er funktioniert wegen Zünder ich habe davor eine Bombe angebracht wo? hier schon mal nicht geht die jetzt hoch oder nicht? ich habe nichts gehört nö die liegt da noch, was war das, was ich geworfen habe? TNT TNT ach TNT ach TNT ach ich hatte doch vorhin ach ne ich hätte drauf schießen müssen ach verdammt bleibst du da? ich stehe bloß draußen am Eingang da kommen wir immer noch gern wenn es einmal gelb waren dann ist kein Problem dann kann man weiter gehen aber so ist ein wenig doof die Frage ist ob sie sich irgendwann beruhigen die haben halt unser Ding noch im Auge gehabt wir können aber hier hinten weiter lang da interessiert es keinen vorerst oh nein weiter ja hier hinten lang außenrum darfst dich halt bloß nicht in der Tür bewegen sondern eher außerhalb den falschen Eingang rein da könnte irgendwo der Hafenmeister sein Zugriff vorüber das ist schon mal gut ich glaube da spielt jemand wer spielt da? der Hafenmeister da ist doch gar keiner da da gibt es Informationen Hafenmeister finden einen Meter jawohl gut zu wissen oh wir kriegen Besuch ach der läuft da hinten lang wo wir noch wochen waren wie doof ja da hat er so eine grüne Figur sitzt zu sehen das war unsere letzte Position wo er uns gesehen hat wenn wir jetzt hier drin bleiben dann sind wir erstmal noch in Sicherheit ja noch dann ist er froh dann können wir ja froh sein dass wir da schon mal raus sind weil sonst hätten die uns nämlich gefunden was denn jetzt was denn jetzt Deckung aufgeflogen super was ernsthaft jetzt ein sucht wer schießt denn da jetzt sind es gelb geworden keine Ahnung wer da schießt Deckung aufgeflogen hat aber die anderen sind rot der geht oh oh da kommt was nee da geht die Böcke über nein der rote da kommt ein roter auf uns ja super der alarmiert die anderen jetzt das war jetzt dumm ich hab die immer erledigt da ist du kannst kommen mich helfen ich finde es gut da ist irgendwo ein Scharfschütze nur dass dir das bewusst ist ja und ich weiß auch wo und dem kümmere ich mich jetzt ja mach das ja endlich dann geht mal wieder ein bisschen Action hier oh 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 Gott das wissen wir alle was das war oder scheiße oh Gott aber mit der Pistole kann man schön die Leute erledigen da kommt er auf und gleich ist er tot da haben wir spinnig jetzt bleib liegen da ist was oh oh ist das der Panzer da unten ja Panzer ist aktiv oder nicht was war denn das dann was denn Hafenmeister war das das war der Hafenmeister wir waren doch schon am Hafen wir haben doch das schon absolviert ne das waren die Dokumente den Hafenmeister hätten wir noch finden müssen den haben wir jetzt operational gefunden ich sehe keinen ich sehe ihn aber der ist hinter der Mauer ciao und war Ja, tschau. Daniel ist immer noch hinter der Mauer. Der ist keine Gefahr momentan. Ach, da hockt noch einer. Augenschuss. Ja schon. Hätte ich gern gesehen. Wo verschießt denn der noch? Äh, Geschütz vielleicht? Nee, ne? Nee, da ist irgendwo unten einer. Wo unten ist einer. Ui. 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 auch ein augenschuss und die ruhstück schale fliegt vom kopf das ist ein schöner schatten hinterlassen ja dann wissen sie zumindest wo wir sein sollten da kommt nämlich auch schon der erste das war sehr gut so hier hinten sind erst mal sehen die soldaten da hinten bewegen sich dann auch mal dann gehe ich bei der baum und deckung da sieht man sehr schön wenn sie kommen wenn sie mal kommen bleibt noch hänger hast du recht wo leften der lang ich habe auch keine ahnung sind voll hinter deckung aber sowas von hinter deckung das gar nicht schießen können super okay ich habe nicht gesehen was ich getroffen habe auf jeden fall muss es weh getan haben so der andere noch die du vor ich habe mein system aus dem ans haus ob man da von oben schießen kann ja probiert mal ich behalte mal auf die sie jetzt kommt er haut ab ich kann ja nicht kann ein erwischen ja da war und tschüss mein freund ich bin zerschein markt 2 so da haben wir noch mal ein suchscheinwerfer dann mache ich mal kurz aus ja wenn er schon dabei sind ja wenn ich schon mal dabei bin weißt du was schön wäre wenn der tank da oh gott wo hast denn den hier getroffen in die füße war da eine genauso wenig wie hier so 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 so